Let's play Ich weiß nicht wo ich lang muss Hier nicht In die andere Richtung Nein Boah Leute dieses Spiel macht mich gerade irre Wenn ich hier so einen dunklen Schleiche Dann schaffe ich es vielleicht hier irgendwie raus zu kommen Da muss ich lang Ohne dass mich die Viecher killen Oh man Oh man Lass mich bitte in Ruhe passiert doch gleich noch irgendwas Da muss ich lang Der Generator ist an Oder Muss ich den jetzt erst noch anmachen wieder Dann los Mist Okay Ich muss mir den Weg merken Okay Ey das wird jetzt ein Akt glaube ich Ich sag den auf Ich sag den Ich sag den Ich sag den Ich sag den Ein Du Das war schonmal gekonnt, da steht was, da muss ich auch lang glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre. Mach an! So viel dazu, ich muss zu Ellie. Bitte lass es das gewesen sein, bitte lass es das gewesen sein. Warum funktioniert der Sinn nicht? Ich hab doch was gehört eben. Oh, manchmal ist Abhauen dann doch wohl besser. Siehe Amnesia. Wart mal gleich nach hier, da liegt was auf dem Boden oder? Ich bleib jetzt hier einfach mal geduckt. Gar nicht viel Aufmerksamkeit erregen. Ich wette, da kommt gleich nochmal was ordentliches. Oh ja, Baby. Schön die Teile mitnehmen. Puh, ne Werkbank, genial. Was haben wir denn? Oh, das hab ich aber auch geschwitzt, Leute. Und zwar richtig. So. Wir können ja eigentlich mal die Schrotflinte nachbessern. Magazin. Ach nö. Nachladetempo. Ach nö. Hier könnten wir das Nachladetempo erhöhen, das wär schon mal cool. Zielfernrohr. Panzerbrechende Munition. Das wird uns helfen. Oh, cool. Ich hab ein Zielfernrohr drauf. Find ich ja geil. Na gut. Moment. Da konnte ich doch noch mehr machen. Ich hatte noch genug Zeug. Okay, dann mal los. Komm, wir machen die Waffe noch besser. Magazinkapazität hoch. Na los. Schussfolge hoch. Pass. Sehr schön. Wir passen da jetzt rein. Oh yeah. Aber dafür müssen wir erstmal die Muni dafür finden. Hahaha. Oh, da geht's rein. Da ist ja bestimmt was drinne. Okay. Dann halt nicht. Nochmal 10 Teile. Haben wir 16? Hm, nö. Das sah aus, als hätte man das. Ja, genau. Oh ja. Hier, guck mal. Ich kann was ausbessern. Lauschmodus Distanz. Und das gleich zweimal. Weil das braucht man dann doch öfter als gedacht. So. Oh. Ist das ein Klicker? WTF? Erwischt. Gut gemacht. Gebissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay. Schwärmt aus. Und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Ich geh mal davon aus, dass das ein Böser. Los. Los. Ja, genau. Hat er was cooles fallen lassen? Natürlich hat er das nicht. Wo ist der andere? Da ist der andere. Oh oh. Was war das? Wer ist da? Oh ja, klar. Was ist der andere? Oh, mehr noch. Zwei Stück noch. Ich hab kein Brett mehr. Huch. Das ist ein tolles Zielfernrohr. Oh, toll. Der hat einen Hut auf, der Penner. Da. Ey, das war echt scheiße von mir gerade. Da. Muss der andere. Ja, hast du gesehen? Ich hab ne Waffe. Arschloch. Los, Mann. Ah, er ist ausgewichen. Ah. Scheiße. Ach, Mann. Ich hab schon kaum noch Munition. Und ich verballer die hier wie blöd oder was? Oh, guckt mal. Ich blute aus der Nase. Ist ja heftig. Mal gucken, ob hier irgendwas rumliegt. Aber ich denke mal nicht. Mal gucken, ob hier sind von den Teilen. Und ein Stein. Oh, ich hab... Puch, ich hab nur ne Flasche. Das kann ich nicht basteln. Oh ja. Das machen wir mal. Messer haben wir erstmal genug. Was ist denn das hier? Da geh ich einfach mal rum. Oh, ne Leiter. Wo packen wir die hin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Leg mal erstmal ab. Ich guck erstmal hier. Da hoch oder so? Ne, da komm ich auch nicht hoch. Oder hier? Ne. Hä? Ah, da. Guckt an. Mensch. Ja, ja. Hör auf zu schnaufen. Und hoch da. Oh, Arschloch. Drücke. Drücke. Ich drück doch. Silter, ich drücke. Wie blöde. Ja, los. Oh, da ist die Waffe. Komm schon. Na? Ja. Oh. Oh. Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hä, Ellie, das war nicht einfach. Aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Echt mal. Voll scheiße von ihm. Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Hm. Na kommst du? Was? Mann, Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Vögel zwitschern. Oh, das ist echt so schön designt. Na gut, runter. Wir müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du, der Brücke. Ich hasse das. Ja, kann ich ihm verstehen, ehrlich gesagt. Wurde mir auch irgendwann auf den Sack gehen. Lass mal da reingehen. Frauenklo. Hier gibt's doch bestimmt was. So als Belohnung, dass man auf den Frauenklo geht. Ein Anhänger. Verzeig. Alles verbarrikadiert. Ist ja super. Da war was drin. Top. Hm. Hier noch was. Nope. Gut, hier kommen wir nicht raus. Es ist natürlich cool gewesen, hätte er das auch gesagt. Häh-hä-hä-hä-hä. Was ist so? Oh. Na, Kampfwaffen verbessert. Multiplifizierung halten. Ein Treffer länger. Fet. Rüber. Steht ein Klavier? Hier liegt ein Haufen Scheiß rum. Cool. Was? Na gut. Stimmt irgendetwas nicht, Ali? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten.